Huhu, hallo Freunde, hier ist euer Kumpel Paul Panzer, natürlich bei radio-regenbogen.de. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, ich bin ein bisschen erkältet, darum habe ich hier diesen komischen Schal um, ich wollte euch eigentlich nur frohe Weihnachten wünschen. Ich habe auch ein Lied für euch einstudiert, es geht los. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling, ist so kalt der Winter. Wir müssen das hier aus Zeitgründen abbrechen, also ich wollte euch nur frohe Weihnachten wünschen.